ARD Text im Auftrag von Funk Walfisch aus dem Waschbecken Ankelin 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 Schwerfisch aus der Toilette Wenn's regt wie im Hecht im Angebot gibt Komm ich auch mit Scooter How much is ne Fisch? Aber der tolle Hecht hat nie den Köder geschluckt Tja, da habt ihr wohl in die Röhre geguckt Ihr bringt ne halbe Lein und das Niveau sagt Ciao, was Erdnuss, herrlich, sieht wie Hiboris aus In der Nacht, hey, wisst ihr wohl nicht, dass es her erst gibt Weil jetzt komm ich halt mit Erdnussflips Denn um das zu kontert, reicht schon ein Blick auf den Kalender Wie soll nicht eine Erdnuss sein? Es ist 9 November, ihr kommt mit dem Hormer Weit, also allein Und sieht das erste Mal aus, Lender in dem Markt Es muss ein Angebot sein Wo hängen Asylanten rum, herrlich, muss nachdenken Und geht der Sache auf den Grund, also dem Waschbecken Ihr wollt den Schwarzen verkaufen? Ich komm mit Menschenrecht Das Achtel ist mein Ding, dann erfülle ich ihn wie Mac-Macks Doch das Angebotding war euch zuzutrauen Ich kann mich im Clip im Supermarkt halt gut verkaufen Deshalb wollt ihr auch meine Haare, Jungs Ihr braucht dringend Geld, seid ihr im Supermarkt, gebt ihr euch mit zurück Ja, manchmal sing ich Und ihr angelt in nem Waschbecken Ja, ich bin Schwarz Und ihr angelt in nem Waschbecken Wagnerwisch und Fredolin Deine Witze sind peinlich Wenn man deine Texte liest, riecht es ein bisschen nach Scheiße Wie an deinem Angelplatz Hahaha Mom, get the camera gut The scheiße Everything Die Everything Can grey Germ